Hallo, ich bin Holger Hahn und heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Aufnahme mit Petit Fours erstelle. Wie Sie vielleicht wissen, das sind die süßen kleinen Dinger, die süßlich machen können. Am Anfang einer jeden Aufnahme steht immer die Einrichtung des Arbeitsplatzes. Dabei haben wir im Voraus eine Bildidee entwickelt und die wird systematisch umgesetzt. Dazu gehört die Beleuchtung, natürlich die Kamera und auch die Wahl der Perspektive. Schritt für Schritt werden die Ausrichtung des Lichtes und die Kamera immer besser aufeinander abgestimmt, damit die Petit Fours nachher im fertigen Bild auch richtig lecker aussieht. Da die Beleuchtung mit das Wichtigste bei der Fotografie ist, wird hier mit besonderer Präzision gearbeitet. Dabei hilft uns der Monitor neben der Schärfe auch alle anderen Details genau zu kontrollieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 어쨌ं da der Schärfe auch alle anderen сообщen.